Ich weiß nicht, ob das schon klug ist, jetzt schon zu ballern. Ist es. Ich will jetzt trotzdem mal die ausrüsten, weil wahrscheinlich schluckt er nicht mehr so viel. Fick dich doch! Das war, glaube ich, das Dümmste, was man gerade machen kann. Nein, mal hin. Denk über Barrys Rolle nach. Ja, ja, noch weiß ich ja nichts, aber ich glaube... Irgendwer puppt sich jetzt böse, ja, ja, ich weiß es schon, aber... Ich weiß nicht genau, wer... Ich meine Vermutung wäre jetzt, da mal in die Tür reinzulunsen, wenn das funktioniert. Ich habe ein bisschen Angst. Was ist los? Ich schaue bald wieder rein. Wann streamst du immer? Meistens samstags um 20.30 Uhr. So wie heute. Ist ja nicht normal, dass es da weiß ist. Aber gut, ich mache ja auch nicht mehr so lange, ne? Halbe Stunde noch in etwa. Wäre eine Höhschlüsse. Okay, keiner hier. Ist gut. Wir haben jetzt eine Öffnung. Äh, was? Ich muss den Kamin anzünden. Ich habe ein Feuerzeug. Irgendwo. Oh, oh. Oh, oh. Tz. Wollen wir Monster-Donate spielen? Das findest du wohl lustig. Oh. Ja. Wollen wir mal live, würde ich sagen. War schön. Oh. Nein. Oh nein. Nein. Und nein. Oh. Resident Evil. Tja, dagegen Abflug gemacht, muss ich sagen. Säure hilft gegen Flange, beziehungsweise allgemein gegen Echsenacht gewesen. Bye. Ja. Ja. Ähm, dann kann ich ja jetzt eigentlich theoretisch, was habe ich denn gerade in meinem Inventory? Tori? Hm. Geht eigentlich. Dann könnte ich ja jetzt eigentlich losgehen und mir dann mal gescheite Kräuter holen. Gut, du hast es noch gesehen. Voll die Hakenase. Ich mache mir kurz Essen. Ha, dann bin ich wieder auf mich allein gestreht, was? Muss ich aber auch dran denken, mir nochmal die Karte dazuholen. Ich laufe mal ganz nackig hier lang, ohne Russie. Ohne, ohne Waffen. Du schaffst das Herz. Ja, ist ja die Frage, ob ich den wirklich zu besiegen will oder ob ich erstmal woanders 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 bin. Ähm. Ich hoffe, ich hoffe, ich bin hier gerade richtig, weil ich muss ja noch Karte holen. Oder würde ich gerne. Kann ja mit so Hunden aber eben auch schon. Kann ich gar nicht daran erinnern. So, jetzt sind die Nasshentai, ja, ja, schon klar. Bisschen eklig. Wo fallen die denn überhaupt runter? Von Bäumen? Wachsen hier Schlangen auf Bäumen? Was ist bloß aus der Natur geworden? Klimawandel macht ganz so viel Scheiße. So, da kann ich mir die Karte holen, ne? Ich hätte doch erst in dem Haus speichern sollen, da. Ja, bitte. Ja, 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 ist doch okay. Ich hab's verstanden. Blau bleibt da. Blau bleibt zu Hause. Nehme mir einmal Road mit. Road? Die Straße nehme ich mit. Und noch einmal grün. Ich hätte also... Ach, ich bin auch Idiot. Hätte ich schon mal kombinieren können, wenn die anderen nehmen sollen. Egal. Egal. It's not too far away. Yeah. Komm, ich nehme mir noch mal eben mit. Jetzt sterbe ich ja nicht beim Boss. Wer es glaubt, ey. Was ist denn grün? Yes. Könnte ich ja noch mal kombinieren hier, ne? Geht das? Mal ausprobieren. Leif. Okay. Okay. Jetzt hab ich zweimal geile Kräuter. Was kostet die Welt? Könnte ich mich zweimal heilen bei einem Schlangenboss. So ist hier rumfliegen. Rumfliegen. Rumfließen. Da ist eine Haare drin. Ihhh. So. Jetzt kommt wieder ein lustiges Katz hier. Oh mein Gott. Erstmal nochmal die Schrot. Für den ersten und sparen wir die Säuregranaten für die Schlange auf. Ich glaub, die Katze war damals echt gruselig. Kannst mir vorstellen. Moin. Wie ich trotzdem nicht treffe. Oh Nummer 4. So. Das Beschissene an der Sache ist natürlich nur, dass ich jetzt schon wieder die ganzen Munitionsgebührensdinger und so hier wieder umpacken darf. Ich hab hier wieder ganz vergessen. Oh scheiße. Oh nein. Oh nein. Wieso schluck ich denn so viel Scheiße hier? Das kann ich ja wahr sein. Ich bin im Gräbeln. Na geht noch. Ich bin im Gräbeln. Wo hab ich mal nen Besucher gelassen? So! Jetzt mach ich die Scheißschlange aber ein für alle Mal kaputt ey! Weiß mal, wo sich das Vieh jetzt kaputt machen hier? Haha! Jetzt hab ich nämlich vergessen! Ich drück mir mal die Anvisierentaste hier! Alter, ich hab ihn getroffen! Dankeschön! Alter, das hat aber richtig schön saftiges Bünder! Könnt ich mir eigentlich injizieren? Infizieren? Wo sind denn alle? Ja, die haben sich halt alle irgendwie verpisst, ne? Fing ein bisschen traurig auch! Und fräsen Unge! Schon wieder offscreen und schneidet nen Bestoff oder sowas! Was war eigentlich der Link, der da vorhin reingeklärt hat? Ich weiß es nicht! So, dann machen wir kurz Kombi damit schon mal! Dann rüste ich das aus! Und drück ihm wieder mal meine, meine Granate rein! Piu! Voll im Rücken! Dann mach ich das hier! Wir sehen schon mal an! Gute angerannt! Und? Der hat wieder die Sprungattacke... Der Sack hat wieder ne Sprungattacke gemacht! Ich hab ja ganz vergessen, dass er die vorhin ja gemacht hat! Was ist bloß aus meinem Leben geworden, ne? Ob das die richtige Tür war? Doch, was! Mmmhh, mhmh, die Schlange! Bitte lass sich umbringen! Wäre echt lieb! Ich nutze es einfach mal! Wieso lebst du noch, Mann? Hä? Ja, die kann ich mir ausgerüstet. Kann das sein? Okay, noch lebe ich. Ich hab Angst, Mann! Lass mich gleich wieder... Die ist... Die ist tot. Oh! Kackvieh, Alter! Du droppst doch irgendwas, oder? Irgendwas droppst du. Das Loch. Es ist um, irgendwas zu erkennen. Das Baby-Roma in Ordensstelle ist, ne? Jill, hast du etwas interessantes gefunden? Ja, aber ich kann nicht gut sehen. Wie geht's nach unten und zu checken? Ich habe eine Röpe hier. Oh, du? Ja, dann werde ich versuchen, um die Röpe zu gehen. Warte! Es ist eine Röpe! Ja, Richard hat es mir gegeben. Die Radio ist ein Röpe von ihnen. Richard! Ah, der Magnus genommen. Funggerät. Ich habe quasi keine Munition. Das ist mehr für dich als ich. Warte, um zu gehen? Ja, das ist jetzt wichtig. Es ist entscheidend, ob du gleich auf Barry wartest oder nicht. Hey, was ist passiert? Jetzt habe ich es geschafft. Sorry, Jill. Warte, ich gehe und eine andere Röpe bekomme. Barry? Barry? Oh, oh. Soll ich jetzt warten? Was mache ich denn jetzt? Höh, warten. Hallo, Gamezucker. 66. Ich weiß sowieso, dass er da irgendwie kacke macht. was passiert. Are you there, Jill? Grab the rope! I'm sorry, Jill. I didn't know that was going to happen. Sorry. I was really careless. Are you okay, Barry? Maybe you're getting tired. No, I'm alright. Don't worry. Jill. I found something. Passcode. 8108310. Okay. Wofür auch immer. Ach, stimmt. Das Tastenfeld gab es da. Moment. Ich will das dann nehmen. Ja, okay. Die Schlangenbauerei ist zufällig genau da das Loch reingeböllert hat, wo das Grab ist. Dann würde Barry sterben. Oh! Na hoppala. Da ist eine Leiter. Möchten Sie ihn untersteigen? Möchten ist so ne Frage, aber ich muss es ja. Oh mein Gott. Wie kommen wir jetzt nicht wieder hier, wa? Ey! Dich aufhören anzufisieren hier. Achso, du bist ein normaler Zombie, wa? Na dann! Mal ja keine Angst haben. Bist du ein bisschen dumm in der Birne? Ach, du merkst, keine Birne mehr! Die ist einfach so völlig eiskalt da, die sich voll... voll bluten lässt, ne? Nimm die Pistole. Ja! Hmhmhmhm! Blöd, dass ich nicht dabei hab, ne? Metal, Leute! Oh! Töte nicht alle. Das kann ich natürlich tun. Schlimm, ich gehe wahrscheinlich nicht mehr runter, wa? Was ist denn da? Hallo! Das sah gerade aus wie ein Loch in der Wand. Das war scheinbar nur... Ja, war nur eine Munition hier rumlag. Die Musik, die ist ziemlich cool gerade. Redige Panik... Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! Panikmache Musik! Warte! Zu spät! Bin dort! Alter! Ich will so manche Geräusche, wenn ich im Spiel höre, ne? Das ist... Panik! Oh! Ach so, ja gut! Bisher... Die haben ja die Choreographie! Guck dir das an, ne? Genau... Woo! Genau, 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 gleichzeitig machen wir das. Krass! Sie haben die geöffnet. Wie auch immer ich das gemacht habe, aber gut. Wenn der gerne löchert. Ne, das war meine. Manchmal kann man echt so... Dinger nicht mehr unterscheiden. Und der steht vor einem Loch. Hä? Manchmal kann man nicht mehr richtig unterscheiden, ob es seine eigenen Schritte sind oder die eines Zombies. Ach, nö. Muss das denn sein? Was war das für ein Lachen? Ha, versperrt, wa? Na, wer ist da? Wow. Wie jetzt? Warum lebst du noch? Zeit, wie der Munition verschwendet, ne? Hm. Ich habe das Bedürfnis, einfach jeden und alles zu töten. Ja. Ist ganz, ganz schlimm. Habe ich im echten Leben auch. Ein Gefühl schlagen. Der war ohne lange nicht mehr in Betrieb. Der steht auch gleich auf. Ich kenne doch diese Videospiele. Ah, da ist die Tür. Ja, irgendwas passiert bei der Tür. Na? Also, warte, ich gehe da jetzt einfach rein. Scheiße. Jetzt bereuen, jetzt bin ich wahrscheinlich tot. Siehst du, wo eine sehr bekannte Tür hinführt? Fahrstuhl. Achso. Achso, so war das gemeint. Jetzt ist mir die Tür. Oh, oh. Da kommt wieder so ein Echsenviecher an. Ja, gut. Aber ich habe sie geöffnet immerhin. Dann kann ich sie jetzt auf der anderen Seite wahrscheinlich benutzen, ne? Äh, ach, da ist es. Ah, deswegen war das ein Steh. Jetzt kann ich nämlich Funk machen. Cool. Ähm. Hä? Noch ein. Ach, noch drei Stück. Achso. Okay, Aufzug. Hallo. Ich muss eigentlich echt nur noch ein paar Minuten aushalten. Dann kann ich mir hier ein Safe-State setzen. Anscheinend hält der Aufzug nicht mehr auf. Die Seite hat... Ja, mhm. Benutze den Aufzug. Guter Plan. Ja. Ja. Vielen Dank.